ARD2 Bereit machen zum Sprung? Bereit. 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 Sprung auf, mach mal. So, jetzt bin ich aber im Eimer. Schön bei der Hundehütte. Ach, hier wohnt er an. Ist aber weit weg von zu Hause. Wenn wir links um das Gebäude rumgehen, müssten wir die Feinpatrouille wieder sehen können. Wir können zumindest eventuell, wenn sie die Straße weiter runterlaufen. Andern? Ja? Will, kommt aus 320 auf uns zu. Aus 320 kommen die auf uns zu? Ja. Okay, alles klar. Stellung Richtung 320. Ja. Stellung 320. Ich bin 320. Ich bin 320. Ich bin 320. Höchst du aufs Dach? Ja, aber nur wenn du Deckung hast. Fahrzeug? Fahrzeug, 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 Fahrzeug. Fahrzeug, Fahrzeug. Der hat das hoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das war's. weiter jungs BZF raus, los 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 okay, Fahrzeug steht, los 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 los, auf geht's wenn du fährst nicht fällt, hast Feuer ein länges Funken ist frei, Arter, rein Halt Halt Jungs zusammen rüber 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 dadurch durch 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 ich lade wir halten die stellung gut ich bin nicht verwundet aber ich kippe mich ab der schlussung an das zeit ist gerade ok Locke ist da vorne verwundet wenn du bereit bist hier rechts die Ecke Feind Richtung Ost Feind Richtung Ost auf auf Was ist das? Rade! 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 Rade raus! Rade raus! Rade raus! Störung! Nicht alle, die einen nicht da gucken! Nimm wieder die Ecke, Drake! Ich brauch ne bessere Stellung, perfekt! Rade raus! Dringend hier weg! Feind, Bewegung! Feind, Bewegung! Rechts bei dir, Locke! Rechts bei dir! Wir sind durch im Haupteingang! Vorsicht, Joker! Oh, da vorne liegt Knopse! Sicher dich! Auf geht's! Los, 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 los! Ja, einfach der Typ! Oh, fuck! Knopse rausgeholt! Auf geht's! Ja! Auf geht's! Störung! Fucking Störung! Aus geht's! Tsai- He- 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 Mit am Boden! Törnekies am Arm, weiter schießen, weiter schießen, weiter schießen! Ah, ich seh nichts! Schade! Locke? Äh, Entschuldigung, nicht Locke! Äh, Drake? Drake? Ja, nein! Wo ist fucking Drake? Drake! Drake, Drake, Drake! Ja, ja, ich brauche Munition! Wir können verlegen, wenn du willst! Ja, dann mach mir nochmal die Schmerzen weg! Lege ja die heilende Hand an! Karsten übernehmen! Ich erinnere mich gleich nicht! Hast du eine Fremdförder durch? Ich hab dir zwei reingelegt! Knapp mit den Nobs, dann können wir sofort weiter! Wir hören Fahrzeug! Fahrzeug! Wir haben keine Panzerabwehr, oder? Ja! Bist du hier weg? Nein, deine Panzerhaus ist nicht geladen! Deine Panzerhaus ist nicht geladen! Hast du mir Munition jetzt gegeben, äh, Drake? Ja, hab ich gesagt! Guter Mann! Ja! Bist du im Süß? 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 Wir müssen hier von dem Feld runter! Hörung! Niemand wird liegen gelassen. Oh Gott, komm schon! Fuck! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Sollen wir vielleicht nicht rechts in den Wald oder so Geschichten? Egal. Oh, das könnte scheiße, ey. Fuck, fuck, fuck! Oh, scheiße! Oh mein Gott! Ach du Kacke! Scheiße, Mann! Fuck! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Glaubst du mein Freund? Mach keinen Scheiß, jetzt halt durch. Ja, der BMP ist Nord, Nord-Ost. BMP2, wenn wir nach Süd weiter abrücken, kommen wir raus, ohne dass er uns sieht. Was sind die anderen? Links seid ich auf dem Feld zuletzt gesehen, Richtung Nord-West. Nord-Nord-West? Äh... Empfehle nochmal ein bisschen Rauch hier auf das Feld, dass sie wenigstens ein bisschen Deckung haben. Ist der jetzt gestoppt? Ist der gerade Leute ab? Nee, der parkt. Okay. Okay, der parkt. Okay. Und in die Richtung. Kommst du? Was ist hier hinterm Haus? Ja, ja, ich hebe ihn auf, wir hauen ab. Zumindest bereit zum abhauen. Der Panzer kommt jetzt hier direkt auf. Kommst du? Nehmst du? depending da einmal hier gapsherent als Pocket ist drin, Sprecher? Wichtig ist, dass wir jetzt hier abhauen, da kommt das nächste Fahrzeug. Dann bewegen wir uns jetzt Richtung Westen weiter, ich gehe vor, wie nach. Alles klar, es geht weiter nach West. Weiter Richtung West. Lass uns die Leichen nach Dings prüfen. Ne, das waren die Fahrzeuge. Das ist der verfickte Hubschrauber, der wiederkommt. Kapphubschrauber. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Hallo? Hallo? Wer wendet? Wer wendet? Was die ze weghaald? Ik wil niet stellen. Hallo? 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 Weitere loosj без 22 Es ist immer wichtig, sich vor allen anderen den Weg zu schmeißen. Nur wir zwei glaube ich, ich denke nur wir zwei, ich gehe ein Stückchen hoch und prüfe mal schnell, ob sie, hang runter, die kommen nach. Glaubst du, wie geht's hier? Warum machst du nicht auf? Das ist nicht ansprechbar. Dann schleppe ich dich weiter. Ja. Ja. Oh. Brom sól. John E. Ja. Und dann zu dir, ich will es millennium nach diputzen. Hallo. Das macht auch nicht mehr lang, aber ich muss das bezahlen. Was denn? Feinde, 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 Feinde! Direkt den Hang runter nach! Ich bin schwer getroffen. Granate raus! Feinde raus! Feinde auf uns! Der Hubschrauber kommt! Ja, schneller ist nicht mehr! Was ist mit dem Hubschrauber? Der ist gefallen! Der hat mir wahrscheinlich den Arsch gerettet! Wichtig ist das rote Licht hier rechts! Fahrzeug? Fahrzeug von der rechten Seite? Das ist die Runde! Wir sind gleich an der Hügelkante. Auf 2.20m. Wir sind gleich an der Hügelkante. 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 So, pass auf. 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 und mit den Armen zammeln.